einen wunderschönen guten tag wünsche ich euch wieder willkommen zurück zu einem kleinen info video zu life is feudal da wir ja mehr oder weniger dieses wochenende auf mittelaltermarkt sind nämlich in dem im timmel sind wir nicht in der lage für jetzt im kommenden sonntag unsere aufnahmesession zu machen deswegen müsst ihr leider nächste woche auf unsere kleinen live is feudal aufnahmen verzichten ich hoffe das ist für euch kein problem da ich wollte euch dafür einfach nur mal kurz bescheid sagen dass wir wie gesagt nächste woche nicht aufnehmen können da wir da noch allemann unterwegs sind und wir werden dann in zwei wochen wieder regulär unsere aufnahmen machen ich wünsche euch natürlich eine angenehme woche und wir sehen uns dann in zwei wochen wieder wenn es dann wieder heißt life is feudal hoffentlich dann auch mit einem besseren wetter tschüss